Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit, letzter Schluss. Dieses Mal geht es um Reborn OS, eine Linux-Distribution, von der ihr wahrscheinlich überhaupt noch nichts mitgekriegt habt. Das war mehr oder weniger ein Zufallsfund, den ich irgendwie gefunden habe. Das Ganze ist eine Arch-basierte Distribution und warum mich das interessiert, ist einmal, es ist Arch-basiert, richtet sich prinzipiell an Einsteiger und es hat auch noch mein Lieblingsdesktop, nämlich TDE, mit dabei. Mal gucken, was das Ganze so bringt und, ja, genau, schauen wir mal. Zuerst habe ich mir auf der Reborn OS Projektseite mal angeschaut, wie die das Ganze selbst bewerben. Also das hier ist erstmal die Eigenwerbung von denen. Sie bezeichnen ihre Distribution als einsteigerfreundlich. Man kann verschiedene Desktops und Fenstermanager installieren. Das ist so ein bisschen so wie das Sparky Linux, was ich als Weihnachtsserie hatte, wo ich mir mal Desktops angeguckt habe, die man eher so nicht kennt. Also, ja, also hier sind auch welche bei und das sind aber insgesamt weniger als bei Sparky. Globale Gemeinschaft, engagieren Sie sich mit uns und unserer Community auf unseren sozialen Kanälen. Wow, gut. Endlos anpassbar, wählen Sie Ihre Software, Ihren Kernel, Desktop oder Fenstermanager und Ihr Dateisystem. Immer auf dem neuesten Stand. Reborn OS ist ein auf Arch basierendes Rolling Release System. Immer auf dem neuesten Stand mit dem neuesten und besten. Bei Desktops und Fenstermanager habe ich mal geguckt. Also immer wenn Ihr was Blaues hier seht, dann ist da ein Link hinter. Und wenn Ihr Euch meine Folien anguckt, die sind verlinkt unten in der Videobeschreibung, dann könnt Ihr die ganzen Links auch direkt sehen und die Folien nochmal durchgehen. Also es gibt Budgie, Cinnamon, Deepen, Gnome, KD Plasma, LXDE, LXCute, Mate, UQI, XFCE, Regulit, Cutefish, Trinity und Enlightenment. Genau, und Trinity beziehungsweise TDE, das gucke ich mir gleich mal ein bisschen an. Beim Paketemanagement gibt es Snap und Flatpak, AppImage und die Arch eigene Paketverwaltung. Dann gibt es hier Reborn OS Fire. Damit kann man das System weiter anpassen. Ich habe da jetzt gefunden, dass man das extra noch über Pac-Man nachinstallieren muss. Pac-Man ist der Paketmanager von Arch. Und da kann man noch verschiedene Desktops installieren, anpassen, Fenstermanager anpassen, sonst was tun. Das System als solches anpassen und Software und Kernel verwalten. Eine Empfehlung für das Ganze. Ich habe es mir noch nicht wirklich angeguckt. Ich habe es zwar testweise einmal installiert, die Installation ist durchgelaufen und einmal meinen TDE Desktop gestartet. Und das lief schon nicht so ganz rund. Ich habe aber vorher auch nochmal geguckt, wie alt ist das ganze Projekt überhaupt? Wenn man jetzt nach dem GitHub Repo geht, wo die ISO drin verwalten, also das Installationsmedium, dann kann man sehen, dass das Ganze erst am 16.08.2022 registriert wurde. Das sind jetzt noch nicht mal zwei Jahre. Man bekommt das Datum raus, indem man hier die GitHub API verwendet und dann nach diesem Created Ad guckt. Reborn OS hat eine relativ kleine Community, weil es eben noch so jung ist. Allerdings, das hat ja auch noch die Mutterdistribution, also Arch im Hintergrund und eine sehr große Schnittmenge mit der ursprünglichen Distribution. Also von daher, da ist auch eine relativ große Community hinter. Und die meisten Probleme, die man jetzt mit Reborn OS haben wird, kriegt man wahrscheinlich über Hilfe bei Arch raus. Also das Arch-Wiki ist super und ansonsten findet man zu Arch auch eine ganze Menge. Also von daher, man kann sich schon irgendwie helfen, denke ich mal. Allerdings mit dem Fokus, der ja laut Eigenwerbung auf Einsteigern liegt, weiß ich nicht. Halte ich für eine steile These, dass das immer klappt. Ich glaube eher nicht. Denn das Ganze ist ja auch noch ein Rolling Release, also eine Distribution, wo ständig neue Pakete reinkommen. Dabei wird auch nie so viel getestet wie bei anderen Distributionen wie Debian, Ubuntu und Co. So, dass man erst, wenn es fertig ist, so eine LTS-Version daraus macht. Eine, die auch länger unterstützt wird und üblicherweise auch den Paketstand beibehält. Und bei den Paketen wird dann nur noch Sicherheit aktualisiert und kleinere Fehler behoben. Aber Paketversionen bleiben üblicherweise über einen längeren Zeitraum stabil. Bei Rolling Release kommt ständig was Neues da rein, mit potenziell auch immer neuen Problemen. Also von daher sage ich hier, dass die im Allgemeinen dazu neigen, dass die eher problematisch sind. Also eher was für versierte Anwender. So sieht das Installationsmedium aus, wenn es gebootet wurde. Ich habe da so einen kleinen Bootmanager, wo ich verschiedene Varianten starten kann. Das erste ist erstmal das, was für die meisten Systeme funktionieren wird. Wenn ihr jetzt eine Nvidia-Karte drin haben solltet, könnt ihr auch den proprietären Treiber gleich mitverwenden. Und ja, dann gibt es noch andere Varianten. Je nachdem, was ihr braucht. Aber das erste wird höchstwahrscheinlich für die meisten von euch das einfachste sein. So. Also so bootet erstmal der Kernel direkt hoch und fährt weitere Prozesse mit hoch. Und was dabei auch funktioniert, die Auflösungsanpassung für VirtualBox, das funktioniert bei den wenigsten Live-Installern. Das haben sie da schon mal mit eingebaut. So, mit so ein bisschen List und Tücke kriege ich das jetzt auch so hin, dass das wieder schön da ins Bild neben mich passt. Also ich habe erstmal zwei Varianten. Ich kann im Online-Installieren oder Offline installieren. Bei der Online-Variante werden Pakete aus dem Internet runtergeladen, sodass ich immer den aktuellsten Stand habe. Oder ich installiere das Ganze offline. Dann werden bloß die Pakete genommen, die schon auf dem ISO mit drauf sind. Das sind die zwei Varianten. Und wenn ich hier nochmal drauf gehe, kann ich noch sagen, von wo was aktualisiert werden soll. Sogar von GitHub wird was aktualisiert. Ja, unstable will ich jetzt nicht unbedingt. Und ja, verschiedene Überprüfungen kann ich an oder aus machen, ob die Internetverbindung funktioniert, ob mein Arbeitsspeicher ausreicht und ob ich genügend Platz auf der Festplatte oder der SSD habe. Ja, das sollte eigentlich alles in Ordnung sein. DNS kann ich noch einstellen, wer die Namensauflösung für Webadressen machen soll. Also von meinem Internet-Service-Provider, also meinem Telekommunikationsanbieter, ob das von da genommen werden soll. Beziehungsweise, da ich jetzt hier in der Virtualbox drin bin, da gibt es einen eigenen DNS-Server, der die Namensauflösung macht. Ja, genau. Und dann kann man es auch über Cloudflare oder über Google laufen lassen. So, dann Install. Ich nehme jetzt hier die Online-Variante, damit ich es nachher nicht mehr aktualisieren muss. So ist jedenfalls mein Plan. Jetzt zuckelt das hier ein paar Mal. Warum es auch ein paar Mal so hin und her zuckelt, ist mir denn auch egal. Keine Ahnung. Aber irgendwie weiß es, dass ich jetzt hier Deutsch haben möchte. Wie auch immer das jetzt genau funktioniert. Aber das macht es schon mal. Dann einmal auf Weiter. Berlin ist ja mehr oder weniger auch richtig. Ich bin zwar nicht in Berlin, aber das ist die Zeitzone, die wir in Deutschland haben. Weiter. Dann die Tastatur. Also, das ist eigentlich auch alles richtig. Also, da tippen Sie hier. Ja, geht. Weiter. Und das hier ist das, was es eigentlich interessant macht. Also, neben den bekannten KDE Plasma, Cinnamon, Budgie, Gnome, XFCE, Mate und LXQ. Das sind so die Varianten, die es auch bei Ubuntu so gibt. Mit den verschiedenen, was sagen die, die Spins, Flavors, keine Ahnung, wie es da heißt. Also, verschiedene Varianten, das gibt es da auch. Dann die Pin habe ich mir mal angeguckt in meiner Weihnachtsausgabe. Und ja, dann gibt es auch noch Trinity. Das, was ich haben möchte. Regolith auf Basis von Ubuntu, Gnome und i3 gebaut. Ubuntu glaube ich eher in dem Fall hier nicht. So, also Trinity möchte ich haben. Weiter. Und jetzt kann ich hier noch ein bisschen auswählen, was ich noch dazu packen möchte. Das erinnert so ein bisschen an das, was wir mal bei einmal Linux und Rocky Linux oder bei Suse gesehen haben. Da kann man noch weiter in diese Details reingehen. Also, welche einzelnen Unterpunkte man da haben möchte. Kernel Header und Wayland XORG, was weiß ich alles. Also, eine ganze Menge kann man da jetzt noch direkt mit auswählen. Bei Debian selbst ist es deutlich weniger. Da kann man so grundlegende Profile festlegen, aber die sind nicht sehr feingranular. Also, hier kann man das deutlich genauer einstellen. Aber ich lasse das erstmal so, wie es ist. Also, ich ändere nichts. Weiter. Und jetzt, wohin das Ganze soll. Ich habe eine virtuelle Festplatte hier drin. Die ist ungefähr 25 GB groß. Und ich möchte, dass die einfach komplett überschrieben wird. Ich möchte in diesem Fall auch keinen Swap dazu nehmen. Und als Dateisysteme kann ich X4, ButterFS, XFS, F2FS. Das ist das Flash-Friendly File System. Also, eigentlich ist es entwickelt worden für SD-Karten, damit die sich nicht so schnell abnutzen. Beziehungsweise auch SSD. Ja, durchaus interessant. JFS habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen. Aber ich würde es beim Standard lassen, so wie die Entwickler das quasi vorgesehen haben, was man nehmen sollte. Also, von daher weiter. Und mein Name so einfallslos wie simpel. Also, ich möchte kein sicheres Passwort verlangen. Ich weiß, dass das hier nicht sicher ist. Aber für Testzwecke ist das durchaus okay. Ich vernichte die vor allem hinterher auch wieder. Also, von daher ist es kein großes Risiko. Okay, weiter. Dann haben wir ja nochmal so eine Übersicht, wo drin steht, was ich gerade eben eingestellt habe. Wie partitioniert und formatiert werden soll. Wo ich mich befinde. Spracheinstellungen und so weiter und so fort. Und jetzt installieren. Genau. Jetzt wirklich installieren. Genau. Überschrieben ist überschrieben. Und damit ist es dann auch weg. Ja. Und jetzt dauert es eine gewisse Zeit. Und dann ist es durch. Jetzt ist die Installation durchgelaufen. Und jetzt kann ich das System neu starten. Ja. Das mache ich jetzt einfach mal. Und genau. Dann ändert sich natürlich die Auflösung. Und. Achso. Der Installer nimmt das Installationsmedium nicht raus. Also, er fährt es quasi nicht aus dem virtuellen CD- oder DVD-Laufwerk nach draußen. Von daher fängt es wieder von vorne. Muss ich einmal ein paar Hand machen. So. Noch ein Neustart. So. Und jetzt fährt es auch wirklich von der Festplatte hoch. Genau. Der Counter läuft automatisch durch. Also, da braucht ihr nichts weiter zu machen. Wenn ihr ganz ungeduldig sein solltet, könnt ihr auch das erste auswählen. Und dann geht es einen Tick schneller. Das Ganze ist ein bisschen schlecht zu lesen. Also, es ist wieder wie bei dem Tomb Raider Spiel, was ich gespielt habe. Ich habe wieder etwas Sonne, was man sieht. Also, von daher, da steht Username und Password. Und in der linken Liste habe ich Benutzer, die ich auswählen kann. Da fällt mir jetzt auf, dass mein Testbenutzer nicht in der Liste drin ist. Ich habe hier zwei verschiedene Systembenutzer. Mit denen ich mich allerdings ja nicht anmelden kann. Also, von daher, einmal Bahntest. Ja. Ja. Also, da. Ja. Ja. Also, da fangen die Probleme auch schon irgendwie an. So, mal gucken, ob das jetzt genauso ist wie bei meiner Testinstallation. Ich werde gleich was hören. Darum setze ich da diese Dinge hier ein. Also, ihr werdet es denn auch hören. Gucken, ob wir gleich die Ohren rausfallen. Oh, ich mache das jetzt schon mal ein bisschen leise. Hahahaha. Ich bin ja schlau. So. Jetzt kann ich mein Land auswählen. Das ist dieser ganz normale TDE-Einrichtungsdialog. Und wenn da jetzt Pakete für die jeweiligen Sprachen mit installiert wären, was nicht der Fall ist, könnte ich jetzt auch noch auswählen, dass ich auch Germany haben wollen würde, sodass das auch übersetzt ist. Das ist nicht mit dabei. Also, Next. Jetzt kann ich auswählen, wie sich das Ganze verhalten soll. Also, wie ich Fenster aktiviere und sonst irgendwas mache. Ob ich was mit einem Doppelklick auswähle oder mit einem Einfachklick. Kann ich umstellen zwischen verschiedenen Varianten. Aber ich bleibe bei dem ersten hier. Dann Next. Und jetzt kann ich noch sagen, wie viele Effekte ich haben möchte und bei Details auch noch gucken, was das jeweils bedeutet. Wenn ich runtergehe, werden die Haken immer weniger. Und wenn ich nach rechts gehe, also quasi alle Effekte haben möchte, dann wird es mehr. Ich lasse das jetzt hier mal auf dieser voreingestellten Position, damit wir das haben, was die sich gedacht haben, dass man das haben sollte. Standardmäßig. Next. Jetzt kann ich das Aussehen einstellen. Verschiedene Varianten. Ja, so, so. Und ich lasse das auch wieder bei diesem Default Plastik. Next. Und jetzt sind wir auch schon durch über das Control Center oder das Control Center, beziehungsweise das Control Zentrum. Im Deutschen kann man es noch weiter einstellen. Finish. Jetzt richtet das im Hintergrund ein paar Dinge ein. Darum dauert das jetzt ein bisschen, bis das erste Mal dieser Dialog hier kommt. Und jetzt? Gut, dass ich es leiser gestellt habe. So, ja, also so sieht es dann erstmal aus. Da gibt es dann hier verschiedene Tipps, was man damit machen kann. Dann klappt auch gleich das Hilfe Zentrum, also das Help Center auf, mit den einzelnen Informationen, was man damit machen kann. Das ist auch aktuell vom 17. April 24. Ja, wir haben jetzt zwar Mai, aber das ist trotzdem ziemlich aktuell. Jetzt ist es auch aktuell vom 17. April 24. Die einzelnen Pakete und Bibliotheken, die im TDE mit drin sind, die stehen unter verschiedenen Lizenzen und kann man hier nachlesen. Okay, gut. Dann, es hat Ton gemacht, ist aber danach abgestürzt. Boah. Ja. Also, ob immer das Neueste, immer das Beste ist. Ähm, ich glaube nicht. Okay, gut. Close. Was haben wir hier? Ja, ähm, Dokumentation für das Ganze online. Dann diese sozialen Medien Dinge und wie man, ja, ein Feedback geben kann, wie man spenden kann. Bei GitHub nachgucken über die Entwickler. Also, die glauben daran, dass der Benutzer Entscheidungen treffen sollte, damit möglichst wenig Bloat, also aufgeblasenes Systemzeugs mit dabei ist. Das Reborn OS Fire, das wurde ja so, ähm, beworben vom Projekt. Eigentlich stand dabei. Eigentlich stand dabei, man soll das Paar nachinstallieren, brauche ich ja nicht, ist schon irgendwie mit bei. Okay, dann habe ich hier erstmal grundlegende Informationen über mein System, was da für eine CPU drin ist, welche Shell ich benutze, wie viel Arbeitsspeicher ich da vor allem zugewiesen habe und welchen Körner ich habe. Also, das ist alles relativ aktuell. Und TDM, das ist der Anmeldemanager, den wir gerade eben gesehen haben. Settings. Ähm, okay. Paste bin. Ich kann ja mal probieren, was passiert, wenn ich hier, achso, Module sind aktuell hiervon. Dann Desktops. Dann kann ich hier mir noch andere dazu installieren, die wir auch am Anfang gesehen haben in der Liste. Also, man kann sich nachträglich wohl nochmal umentscheiden. Dann Display Managers. Da bleibe ich bei dem TDM, den ich schon habe. Der gehört direkt zum Trinity Projekt mit dazu. Von daher bleibt das so. Utilities. Da kann ich jetzt Software nachinstallieren. Unter anderem auch proprietäre Software wie WPS Office oder, ich glaube das, obwohl das heißt Free Office. So, einmal mein super tolles Passwort eingeben. Und? Okay. Oh, oh. Ja, tut es jetzt was? Oder ist es abgestürzt? PS... 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 Mi... Okay. Tastatur einstellen hat auch nicht funktioniert. Also, ich habe eine englische Tastatur. Na gut. Terminator. Okay, gut. So. So, nochmal. So, Utilities. Ich probiere das jetzt nochmal. Ja, ich möchte das. Logge mich ein. Und? Aus Gründen stürzt es ab. Gut. Terminate. So, ich probiere dann nochmal Install, Uninstall über Pac-Man. Das ist ja der Paketmanager, der direkt für Arch ist. So, kein Paket gefunden. Oder was haben wir hier? Repositories. Datenbanken aktualisieren. Okay, also da... Da kommt was. Es lädt Datenbanken runter. So, gut. Und... Oder... Ja, genau. Wenn ich mal nach Trinity suche... Das ist das Einzige. Nach TDE. Okay, gut. Da habe ich jedenfalls... mehr Pakete... Super. Es baut sich dynamisch auf, dass ich nie weiß, wie lang es ist. Und... Kann es zwei Begriffe? Das geht sogar. Okay. Also, ich werde jetzt mal probieren, ob ich das deutsche Sprachpaket nachinstallieren kann. Installieren. Aha. Ja, übernehmen. Okay. Okay. Warum auch immer das jetzt aktualisiert wird, mit dabei. Wenn es gebraucht wird, wird es gebraucht. 22,5 MB nochmal rund... Achso, App-Image-Laden. So. Hm. Mal geht das installieren. Ja, eine ausstehende Aktion. Vielleicht klappt das jetzt... Tja. Hm. 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 Tja. oder vielleicht ist es ja auch schon halb installiert mal gucken ob ich hier zusätzliche sprachen jetzt habe ja also also das ist auch noch nicht das ist wirklich installiert irgendwie hängt das jetzt auch wieder also ja 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 gut also irgendwas also der paket manager hat sich irgendwie weggehängt dieses feier wie born es ist wie born us feiert es hängt sich auch weg systemmonitor gucken vielleicht finden wir da noch ein schönes ja ja also wie wir alle sehen da tut sich jetzt auch nichts da gucken steht da noch irgendwas also ich mache das ja auch in dem gesichtspunkt hier es richtet sich an einsteiger oder an anfänger das ist irgendwie was anderes als wenn das heißen würde das ist jetzt so die profi distribution für fans irgendwie anders aber genauso kompliziert das ist ja nicht deren fokus also von daher als als so ein anfänger klicke ich da jetzt ein bisschen rum ich probiere das da aus ich möchte dieses free office installieren klickt da drauf hängt sich weg okay gut schon mal das erste mal dass ich denn merke linux ist irgendwie doof oder die distribution ist irgendwie doof und dann als nächstes naja gut ich schmeiße das nicht sofort in die ecke ich probiere einmal hier was zu installieren sehe erstmal dass es dass es mir sagt keine pakete wenn ich jetzt nicht so meinen allgemeinwissen über distribution zusammengekratzt hätte und gedacht habe naja vielleicht muss man so ein paketindex aktualisieren will ich als anfänger auch schon irgendwie aufgeschmissen gehen es gibt keine pakete jetzt für mich das ende gelände und jetzt hier der system monitor macht nichts oder ich habe ja in beim installieren mehr eingestellt dass ich eine deutsche tastatur haben möchte während der installation hat sie ja auch funktioniert aber wenn ich jetzt hier mir waren die jetzt noch die konsole nehme jetzt aufs öl drauf gehe ich das da das ist das öl das ist das e ist das hier also das ist nicht eingestellt genauso wie keine deutschen sprachpakete installiert sind ja mit einer menge lesen würde ich das jetzt ja alles einrichten können könnte die probleme selbst lösen aber ja wie ich anfänglich schon befürchtet habe art ist jedenfalls in dieser form hier nichts für einsteiger ja das war es denn für dieses mal das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert jedenfalls wenn man den fokus hier im blick hat dass sich die distribution an einsteiger richtig kann nochmal zurückgehen was die selbst wollen einsteiger freundlich würde ich sagen nein komplett durchgefallen verschiedene desktops ich habe mir den trinity desktop ausgewählt der ist in der liste der zu installierenden desktops direkt beim installationsmedium mit bei also beim installer ist er da ich kann ihn auswählen also gehe ich als wiederum einsteiger davon aus dass das auch funktioniert dass wenn ich meine tastatur einstelle dass ich eine deutsche tastatur habe und deutsche sprache haben möchte dass das denn in meinem gewählten desktop auch funktioniert endlos anpassbar weiß ich nicht meine versuche was nach zu installieren sind einfach gescheitert also es funktioniert nicht jedenfalls bei mir nicht also mit ihrem born us fire der stürzt ab genauso wie dieses andere programm mit dem man dort software installieren die installieren können sollte der paketindex wurde nicht runtergeladen also konnte ich erstmal sowieso nichts installieren nachdem ich das gefunden habe konnte ich was aussuchen und dann hat sich das weggehängt also von daher ja 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 das neueste mag ja sein das beste nein also von daher ist es genauso wie ich es befürchtet aber nicht gehofft habe das ist eine weitere distribution für versierte anwender also keinesfalls für einsteiger gar nicht sonst sage ich immer probiert es aus lasst es bleiben also in diesem fall würde ich doch deutlich zu lasst es bleiben tendieren jedenfalls in der variante wie ich das ausprobiert habe mit dem trinity desktop vielleicht geht es bei den anderen desktops einfacher dass sie die anderen einfach besser getestet haben und finde die irgendwie dazu geschmissen haben ohne es irgendwie anzugucken ich weiß es nicht also das machte jetzt keinen guten eindruck ansonsten gerne abonnieren glocke drücken und ja bis dann mit leicht geknickten grüßen und so und tschüss